Da kommen einige mit bei dir. Ja? Da müssen wir gucken. Dann zieh mal am besten schon. Ich weiß nicht wie weit du schon vor bist. Ich bin hinter dir. Okay, weil dann müssen wir den Berg jetzt hier drüber fliegen, überfliegen. Die hälfte, die stürzen alle in den Bergen ab. Ja, ja, deswegen. Siehst du die dicke Halle da hinten? Die auf der gegenüberliegenden Straßenseite, nicht die rechte, sondern die gerade hin. Da fangen wir am besten an. Also davor oder dahinter, irgendwie so, wie wir halt reinkommen. Links kommt ohnehin einer mit dem Schirm. Ja, ich seh's schon. Der landet auf der Straße. Eigentlich müssten wir die abfangen gleich mit der mit Waffen. Ich hab direkt eine VSS. Ich bin gut. Er ist hinter dem LKW, läuft der lang. Oh, ich seh' ihn nicht. Nee, der ziehst du noch nicht mehr. Er ist wieder bombig gelandet. Kommt man nämlich nicht runter. Oh. Da ist nur Vierer Muni. Da ist nur Siebener Muni. Da war leider keine Waffe bei. Oh, da kommt er, da kommt er in die Halle, in die Graue. Äh, 105 jetzt so. 105? Naja, tschüss. Oh, ich bin leer. Der muss auch nachladen. Hey, wo ist dein Freund? Wo ist dein Freund? Keine Muni mehr, nischt, alter. Hey, gucken wir, was der vielleicht hat. Gar nischt. Okay, dann lassen wir direkt hier drüben weitermachen. Ich muss hier erstmal rein. Ich brauch Muni und Heilung. Ja, klar. Ich finde auch nix. Ich komm zu dir. Dann willst du zusammenbleiben. Ich könnte mir auch Besseres vorstellen, als eine VSS im Nahkampf. Aber. Hier liegt noch eine VSS. Okay, ja, ich würde höchstens die Muni nehmen. Warte, ich komm rüber. Scheibe reich. SKS, jawohl. SKS ist geil. Aber ich bin mit der VSS, bin ich hier voll zufrieden auf Los Lianos, also auf Miramar. Kann ich das sechster nehmen wie auf die VSS machen? Hast du hier unten drin, in den Türen? Welche? Ja, da war ich doch. Hier in der Halle? Ja, ja. Wo hast du die VSS gesehen? Die liegt hier in der großen Halle, gleich vorne, hier an der Ecke rechts. Ja, wo läufst du gerade drauf? Ach, da. Ah, ja, ich bin hinten reingekommen, deswegen habe ich es nicht gesehen. Nice. So, ich kann nicht alles mitnehmen. Das ist aber bitter. Oh, Scheibe. Ich habe keine Muni, Alter. Hast du das mit der Scheibe? Ne, ich bin durch keine Scheibe. Okay, dann sind hier welche, müssen wir aufpassen. Wenn ich durch die Scheibe gegangen wäre, hätte ich es dir gesagt. Hier vorne ist Heilung, hast du schon? Habe ich alles. Okay. Ich habe nur die SKS-Money jetzt. Ich weiß halt nicht, wo die Scheibe war. Die war nämlich hier vorne, direkt. Hier vorne läuft er. Vor, ähm, 200. Scheiße. Habe ich nur einmal getroffen? 210, wie hier vorne ist. Da haben wir Mauer bei mir. Tot. Sauber. Der hat aber auf jeden Fall... Ja, kann ich saluten. Ich gucke hier nochmal schnell ins Haus. Ich brauche nach Muni. Ich gucke erstmal, was der so hatte. Oh, eine Mini. Geh mal mit. Hat der? Der war schon. Der war schon alleine gewesen. Hier liegen noch Rucksäcke drin. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen. Warte, ich komme zu dir. Hier liegt einer drin bei mir. Unten. Ich kann doch nicht mal seinen ganzen Loot mitnehmen, weil ich nichts habe. Oh, endlich Muni für meine Karte. Oh, ja. Hier oben ist auch nochmal 9mm mit. Ja, ich komme. So, also ein bisschen magere Ausbeute hier. Wo sind wir denn eigentlich zonenmäßig? Ja, hier müssen wir auch da rein. Ja, es ist fast wieder dieselbe wie eben. Scheibe ich. Ich muss nur sagen, wo dahin will ich jetzt? Ja, erstmal zu den Richtungen, zu dem großen Rohbau. Und den Typen nur mal ganz kurz hier leer machen. Weil ich nicht alles mitnehmen konnte. Äh, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. So. Ich gehe ja rechts durch das Haus. Ja. Dann gehe ich schon mal vorne zu dem großen Rohbau. Ja. Und das Skop siehst du da so auf jeden Fall mitnehmen. Gut, ich habe jetzt nur die Mini. Ich würde die aber eintauschen, wenn es geht. Meinetwegen auch gegen eine Umb oder so. Aber dann bräuchte ich nur 9mm mitnehmen. Oh. Äh, ja. Jetzt ist Plan B angesagt. Hast du was oder das? Ja, hier ist eine AK. Ich nehme die AK jetzt. Brauchst du 5er, Muni? Ja. Die habe ich hier auf den ersten Treppen abgelegt. Ich, ähm, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich noch was mitnehmen kann. Ich komme ja gleich drüber. Ich komme hier noch schnell. Ja. Wenn ganz so regnen, geiles Setting. Ich komme hier noch mitnehmen. drüben auf der anderen seite wenn er darüber springen muss ja mache ich auf jeden fall weil da oben liegt auch noch ein ding ins mutend mit muni für meine nach muss man los herrkomme kippe grüß dich michi gern black dank für den folgern erweitert das schnitt und Ups. Falsch hat. Hattest du die Muni mitgenommen? Ja, ne? Ja, ich habe alles eingeschaut. Okay, dann können wir früh aus Richtung Zone. Wo ich drüber kann. Jetzt ist mal... Ich habe nichts. Was brauchst du noch? Ich bräuchte was zum Heilen. Auf jeden Fall. Ansonsten nehme ich nur 7er und 9er. Ich habe dir hier ein Medipack hingelegt. Ah, ich habe einen Scope gefunden. Hier liegt noch eine AK mit Munition. Und das Medipack von mir. Ja, warte, ich komme. Oh, hier ist eine Spritze. Das ist sehr gut. Die ziehe ich mir dreckig rein. Und dann komme ich zu dir. Hey, Stefan, grüß dich. So, da bist du. Okay, ich komme. Hier liegt noch eine 2er Weste drin. Oh, sehr gut. Ich habe nur eine 1er. Also hier vorne am Eingang, wo ich bin. Ja, ich komme gerade. Das Medipack und die Muni und die Weste. Ja, sehr gut. Nice. Ist ein Kompensator für die AK? Ne, schade. Medipack. Und die Weste. Super. Dann kommen wir los. Du hast doch keinen Helm, ne? Die X-Fälle gerade auf. Habe ich den abgelegt oder? Keine Ahnung. Guck mal. Hier oben einer ist für dich. Ah, ja, ja. Wir würden schon bei euch rumliegen. Hier ist nochmal ein Muni für dich. Habe ich für die VSS auch. Na, weiter. Warte, warte. Nicht runterspringen. Ah, okay. Hier oben ist nur eine Handgranate. Hier oben am Dach liegt auch manchmal. Aber auf dem Weg jetzt in die Zone werden wir schon mal finden für dich. Zone kommt von hinten. Müssen wir uns jetzt beeilen. Das war ich. Ja, gehört. Weich. Hier ist noch eine Pfanne. Habe ich schon. Okay. Weich. Es gibt hier keine Helme in der ganzen Bude hier, du. Aber wenn, dann müssen wir hier kurz in die Halle gucken. Da sind auf jeden Fall Helme, wenn keiner gelootet hat. Mal schnell durch. Hofer. Scheiß, Zone ist schon da. Ja, ja, ich sag nicht nichts. Wahnsinnig schnell gerade. Muni. Kommt nicht weiter. Scheiße. Weiter müssen wir jetzt los. Er ist nicht weit, aber trotzdem. Ist halt jetzt ärgerlich für uns. Und auf jeden Fall einen Helm für dich finden. Das ist wichtig. Ja. Das ist definitiv hierher gefahren. Ne, ne. Der ist nicht. Ne, ne. Das ist ein Spawn. Geh nicht da hoch. Weiß ich. Müssen wir den Berg wieder runter. Wo kommst du dann? Aber ich will wegen dem Helm gucken. Ja, ich wollte hier rein. Rechts. Weißt du? In den Halm. Dann können wir dann in die Zone da runter. Ich gucke mal hier trotzdem mit durch für dich. Hier ist ein Helm. Ja, ich bin ja schon bei dir. Hier ist auch einer. Direkt vor mir. Erste. Das ist zwar nur ein Einser, aber ein Helm. Und dann können wir direkt in die Zone. Gucken, was die nächste sagt. Ja, dann müssen wir direkt weiter. Ja, ich muss erst mal ein bisschen off fruition. Ja. So, mal gerade Schnellzugriff. Weiter. Weg. Den tausche ich mal aus. Kannst du das Sechsfach gebrauchen? Ich habe schon eins drauf. Okay, dann nehme ich es trotzdem mit. Gut. Von mir aus, wenn du soweit bist. Warte mal, kann ich mal noch die Booster rein? Ja, ich gucke mal. Da vorne steht leider kein Auto. Mist. Warum haben wir eigentlich das Scheiß-Auto nicht mitgenommen? Ja, weiß ich auch nicht. Das haben wir jetzt auch gerade. Ist das weit gewesen? Ja, steht da hinten. Egal, dass wir laufen. Es sind zwei Minuten, haben wir Zeit. Ja, das Ding macht doch Mods Lärm. Das ist halt dieser V8. Ja, wenn wir hier rechts durch die Halle dann noch stärker. Hey Wolfi, grüß dich. Ja, die nehmen auf jeden Fall mit, die zwei. So viel Zeit muss sein. Ich gehe direkt in die Rechte. Okay, zwei Rucksäcke. Nochmal ein erweitertes Mac. Noch ein erweitertes. Kann ich das wegschmeißen? Beste hat es dir, ne? Ja, ich habe alles. Okay. Hier vorne ist noch eine Granate. Nicht besonderes weiter. Nehme ich mit. So. Da steht auch kein Auto. Da steht auch nichts. Ja. Lass uns straight jetzt da noch kurz die Hallen mitnehmen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, bevor die losläuft. Das gucken nicht, dass da einer dann erwartet. Ja. Und danach würde ich sagen, direkt in die Zone. Lass uns laufen dem Scheiß wieder hinterher, müssen wir uns wieder pushen, ne? Ja, das ist, glaube ich, gelootet schon die Halle, ja. Ja, dann direkt hinten raus. Auslängen. Obwohl, hier ist alles zu, ne? Ich buch hier mal schnell durch die Häuser. Crossbow. Oh, ein Zweierhelm, siehst du? Die Booster, die mich nicht mitnehmen, sind wir selber schuld. Ich habe ein Zweierhelm gefunden. Ah, hier ist noch ein Dingens. Ein Medikäffer. Kann ich nicht mitnehmen, aber... Ich kann das hier splitten. Hier ist nichts mehr weiter drin. Hier hilft mehr als alles andere. Ja, hier ist nichts. Weiter. Raus, raus. Da unten die Häuser. Scheiß-Situation jetzt vorher. Jetzt sind wir ziemlich offen hier, aber das ist egal, müssen wir jetzt durch. Also die Häuser würde ich nicht mehr mitnehmen, ne? Nee, ich will bloß gucken, dass da keiner irgendwo... Sind alle zu noch? Steht da auch kein Dreckskarte, das machen wir. So, der kommt. Ja. Das packt noch. Ja. Ich habe kein Booster jetzt, mehr hast du noch Booster? ich kann gar nicht aufnehmen oder mal eine granate weg ja ich weiß deswegen lass uns da links zu dem richtigen zu dem turm hochlaufen weil haben wir ein bisschen so nur minimal aber es reicht so ist da ich würde sagen wir nehmen die tanks noch mit weiter sind so löcher in den löchern liegt meistens was drin da kann man sich auch gut heilen weiter trifft uns kein sniper und da ist einer vor uns vor uns direkt vor uns am zaun an der metall ausgenockt den in aber 335 ist der zweite auch 310 tatsächlich gekillt sauber ja hier vorne liegen noch jede menge kisten da hat vorhin noch einer auf mich geschossen von woanders ja hier liegen noch jede menge kisten liegt bei mir jede menge loot ey ja nimm mit was du brauchen kannst das bräuchte ja am besten einen dicken rucksack aber die haben nichts hier zweier rucksack ist hier ja ich habe ja selber einen aber ich kann das gar nicht alles mitnehmen was die hier haben den lecker schmecker ey das bräuchte ja ich habe gerade 8 fach gefunden also so haben die irgendwie booster oder so muss man auf jeden fall haben ja medikits hier sind noch vier energies drin ja warte ich gucke hier gerade noch durch die hier oben liegen okay die haben schon alles weg ja warte ich muss gerade ein ding ist reinziehen alter hat er mich überrascht den hat er gut gemacht aber hat mich nicht weg gehauen wir müssen sie auch in die kleine halle dann sind wir genau haben die hier noch wo wir haben noch jede menge guten shit kompensator nice ok kann ich nicht gebrauchen kann ich nicht gebrauchen ok von mir was können wir los gehen wir direkt in die halle oder was erstmal ein bisschen überblick verschaffen erstmal cleanen die kommen jetzt alle in unsere richtung ich ziehe mir mal gerade booster ich gucke mal ob die halle hier überhaupt safe ist schießt einer schall gedämpft hörst du den siehst du den denn halt meinen rücken frei falls einer in die halle kommt oder so aber die sind alle da drüben auf der anderen seite bei 335 über die straße rüber schießt er jetzt noch nicht rüber weil es ich habe schall dem verwenden ich habe auch ein schall drauf hier auf die das sniper gucken wir erstmal wo die nächste zone hingeht und dann ja ich kann mich bewegen das sind manchmal so voll die aussetzer hier das ding hm komisch so mal schauen oh ok jetzt müssen wir auf den hügel rüber ja lass uns lass uns pass auf ich markiere das mal wo wir hingehen hier so ja komm mit wir sind ja drüben auf den hügel da ah ne dann müssen wir hier raus ja du bist ein killer alter benutzt doch nicht die tür naja ich wollte gerade sagen ich gehe da rüber aber ja ich muss mal bewusst aufpassen hier hat so viel geknallt die ganze zeit ja ich weiß halt nicht was rechts auf dem wo wir jetzt zulaufen auf dem berg noch los ist ja und was hat ihn getötet m14 hans m14 ne das da oben ist ne k ne ich der dich da beschossen hat achso ja das weiß ich nicht deine hasswache ja ne m14 m16 meinst du ne m16 ja ja die 16er die war ne widerlich so jetzt müssen wir aufpassen hier hinter den hügeln können sich mal hier verstecken ja schießt er auf uns ach da unten an dem baum an dem baum welchen baum äh bei 285 ne das ist ein anderer warte mal der schießt woanders her der hat gar nicht auf uns geschossen da unten ja aber den sehe ich auch nicht da unten doch da unten an dem baum er ist tot bei guck mal der baum bei 285 da kommt er jetzt aus dem gingens der zweite uh da hat mich einer gut getroffen muss kurz weg pass auf links da oben ist einer der uns gut im blick hat ich seh den nicht ich seh nur nicht wo der herkommt deswegen keine ahnung direkt gegenüber irgendwo muss das sein ja lass uns mal ein stückchen hier rüber laufen der hat mich getroffen ja ich nur sehe von wo mensch das wäre geil sind die vielleicht in den häusern warte mal ja falsche waffe im haus nicht oder ne aber hier stehen sie hier sehen sie uns auf jeden fall nicht mehr ja wir müssen noch ein stückchen nach vorne aber die sind auf jeden fall low ground aber irgendwo häuser oder so keine ahnung so jetzt sind wir auf jeden fall gleich drin müssen halt nur aufpassen dass uns hier keiner überwimpelt ja bleiben wir auf jeden fall hier wollen wir nicht da hoch noch gehen auf den ja können wir machen da haben wir den kleinen felsen ne ja können wir sie runter ziehen hier vorne schießt er in der schalke den dämpft ziemlich close ich glaube der ist direkt vorhin ja warte ich muss mir grad was reinziehen wo die zone hängt okay so und uuuu zone ist kacke müssen wir wieder rumlaufen Okay, die sehen uns wieder. Ja, die sehen uns wieder. Das sind die Typen, die eben schon uns gesehen haben. Ah, ich weiß jetzt noch von wo. Genau bei 290. Zwischen den... Ja, die sind doch im Haus. Doch im Haus. Hab ich doch gesehen. Da, rechtes Fenster oben in dem Haus. Komm da nur nicht hin mit der VSS. Rechtes Fenster oben. Wie ist es? Pass aber auf, Liebens. Der hat ein gutes Aim. Lass uns wieder zurücklaufen wegen der Zone, Liebens. Dann da wissen wir, dass es sauber war. Weißt du, was ich meine? Warum lass dich nicht mit dem fighten? Komm. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen die Zone umlaufen. Wir sind auf jeden Fall in dem Haus oben rechts. Das Ding war, rechts kam nämlich auch einer. Das wollt ihr erst mal klären. Ja, wir müssen aber los. Deswegen. Vielleicht könnten sie uns wieder sehen. Yo, die laufen da unten in dem Haus rum. Wir müssen da in den tieferen Punkt, das ansehen. Ja. Du hast ganz schön vorsichtig. Einer kommt auf mich zu. Bei 2305 an dem Stein. Siehst du den? Der läuft jetzt weg. Bin ich mal in deiner Nähe gerade. Das ist das Problem. Ähm. So weit vorgerannt schon? Ja, warte, warte, warte. Ja, der beschießt mich gerade. Ich versuche wegzukommen. Siehst du mit welchem Stein? Hast du ihn gesehen? 330. Jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehe ich ihn. Ich sehe ihn. Okay. Ausgekillt. Gekillt. Ja. Ich habe keinen Helm mehr. Also der ist zwar noch drauf, aber komplett gut. Ja, meiner auch. Meiner auch schon. Die scheiß Zone ist gleich da. Ja, lass uns loslaufen. Komm. Ich muss mich heilen. Wir laufen erst mal, Adiz. Erst mal laufen. Erst mal hier Richtung Buggy. Und dann sind wir gleich in der Zone. Dann können wir uns heilen. Unten fährt ein Auto. Fährt auch zu derselben Pose wie wir. Ist ein Mann nur. Ne, zwei. Zwei sind in die Halle rein. Bistet euch aufpassen. In der Halle zwei Mann. Dann lass uns an den Zaun da in die kleine Hütte da. Ja. Ich bleib hier erst mal. Hier, wo ich jetzt bin. Ja, die laufen zu den... Ja, ja, ja. Bleib einfach liegen. Heil dich. Heil dich. Ich kümmere mich um die Wind. Weil hier sind wir auf jeden Fall safe. Von hinten sehe ich nichts. Ich weiß nur, dass die bei den kleinen Dingens rein sind. Ich würde aber fast sagen, wir bleiben mal hier und gucken, was die Zone jetzt macht. Okay, die geht wieder nach rechts. Das heißt, wir könnten die jetzt... Wenn die fertig sind mit Ballern, können wir die reinlaufen. Weil die konzentrieren sich bestimmt jetzt nach vorne. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Oder wir laufen halt nach rechts rüber. Das können wir auch machen. Aber dann haben wir die im Nacken. Trotzdem... Da oben auf dem Hügel, wo wir waren, ist jemand was... Ja? Wo? Hinter dem... Weiß 55 hinter dem Stein. Ja, ich seh ihn, ja. Getroffen. Getroffen. Sauber, tot. Ausgenockt. Nee, ist tot. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Die Dudes hier vorne sind noch nicht fertig. Wollen wir rüber rein zu dem Stein, wo der war? Weil das ist, glaube ich, safe. Da sind wir nicht drin. Wir müssen ungefähr... 25 müssen wir laufen. Wollen wir? Lass uns laufen. Die kämpfen noch. Lass uns laufen. Zur Not können wir hinter dem Stein noch mal anhalten. Hans looted erst mal noch ganz in Ruhe. Nö, nö, ich hab nur reingeguckt. Ganz in Ruhe, nö. Ich hab nur reingeguckt. Weil dann können wir nämlich hier ein bisschen hoch. Ja. Hinter dem Bauch oben. Na, den Baum bauen wir nicht mal. Wir können sogar noch weiter nach hinten liegst. Naja, dann können wir doch auf den Stein gehen, was ich gesagt habe. Ich wusste nicht, ob der noch drin ist. Da, wo der Dude war quasi, ne? Ja, genau. Der ist hier unten. Liegt der irgendwo rum. Hier neben dem Stein. Müsst du irgendwo hin. Ja, da oben liegt er, ja. Nice. Na, guck du mal rein. Ich gucke ein bisschen rum. Ja. Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen hier. Du kannst auch reingucken, wenn irgendwas ist. Ja. Hat der noch Booster gehabt oder so? Nein, hab ich nicht geguckt. Ich hab nur wegen Helm geguckt. Nein, hat er nicht. Okay. Weg hier. Zone kommen. Wir müssen rein, ne? Wir sind nicht drin. Da unten am Auto ist einer. Am Jeep. Guck die Steine da unten. Da geh mal hin. Ja. Hier die Steine fort. Und an dem Jeep war einer. Pass auf. Ich kümmere mich um den. Ja, der liegt da. Der liegt da. Ja, der ist weg. Oh, guck mal, wie der hoch fliegt. Noch fünf fliegt. Also drei Gegner. Hinter uns. Bei Norden. Genau Norden. Hinter dem Stein ist einer. Getroffen. Ich hab ihn auch einmal getroffen. Da ist er. Oh, der hat nicht was. Ich muss weg. Mein Helm ist am Arsch. Haben. Ist tot. Kopfschuss. Zauber. Sehr schön. Noch zwei. Ne, noch einer. Liegs. Warte, warte. Lass mich mal hier hinter dem Berg schnell. Ich muss mich heilen. Granate bei uns. Nein, ich war das. Ich war das. Rauch, rauch, rauch. Für mich. Für mich zum Heilen. So. Mach mich grad fit. Dann geht's weiter. Guck du. Vielleicht siehst du den. Ja, ich gucke den. Ich hab Granaten ausgerüstet. Ich hab halt keinen Helm, ne? So. Wenn da oben erstmal bei dir keiner ist, ist ja alles gut. Wir müssen nach... Ich geh runter an den anderen Stein hier. Ja. Der muss ja irgendwo sein. Ich geh nach rechts rüber. Vielleicht ist er direkt vor uns hier, weißt du? Ich bin in der Zone. Ich seh ihn nicht. Hier low ground vielleicht? Ne. Ich werf mal ein paar Granaten. Ah, der hat geschossen. Siehst du den? Ja, der ist irgendwo drüben. Da, ich seh ihn hinter dem Traktor. Hinter dem Traktor? Okay, nice. 280. Nice. Naja, ich hab ihn auch gesehen. Warte, ich lauf mal runter zu dem Jeep. Headshot. Helm verloren. Sauber. Sehr schön. Nochmal getroffen. Sehr schön. Der muss vorkommen. Ist down. Ja. GG, Diggi. Wuhu. Das ist unser Pony. Sechs Kids. Sehr schön. Ich hab auch sechs, glaube ich. Oder fünf. Fünf hab ich. Schön. Und Trophäe gekriegt für du, Winner. Sehr schön. Ja, sehe ich nicht bei mir, weil ich hab's ausgeschaltet, aber ich denk mal, ich krieg die auch. Schöne Runde. Nice. Das ist doch mal was für YouTube. Tschüss. Das ist doch mal was für YouTube. Ciao. Gut.